Moin Leute, also wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, habe ich vergessen meine Aufstellung vorzustellen, deswegen mache ich das jetzt schnell. Also, da sich noch nichts geändert hat, kann ich dir ja so vorstellen. In meinem Tor bin ich Stefan Ortega, dann in der Abwehr, Willi Orban, Konrad Leiner, Borna Sosa, der erst direkt gestern angeschlagen war, und Marcel Halstenberg. Sosa hat gestern nicht gespielt, weil er angeschlagen ist, aber am Freitag stand er noch nicht als angeschlagen drin, sonst hätte ich einfach Nilsson spielen lassen, den ich mittlerweile verkauft habe. Mittelfeld, Nkunku, Demirbay und Guerreiro. Demirbay wurde leider nur eingewechselt gegen Köln gestern, sonst hätte Demirbay auch viele Punkte holen können. Weghorst, Kruse und Hiram habe ich im Dreifachsturm und ja, damit kann man zufrieden sein. Und vom Transfermarkt kommt gerade nur noch scheiße, ne? Wenn man guckt, höchsten Richtpreis hat Mokele, auf den ich mein Gebot gesetzt habe, dann Haidara, Alario und weiter runter. Also, das macht keinen Sinn, so wirklich sich hier einzuholen, außer halt Mokele. Ja, mach ich auch mein Angebot raus, damit ihr nicht wisst, wie viel ich drauf biete, ne? So, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ciao, euer HolzinternetTV.